Ich finde das, was man ja merkt, wenn wir einfach mit Mitgliedern im Gespräch sind, was wir für Kompetenzen haben. Menschen, die sich für Familienpolitik, für Rentenpolitik, für die Wirtschaft oder für die Deutsche Bahn interessieren und die eine Vorstellung davon haben, wie unser Land sein muss und die alle sozusagen mitzunehmen und zu sagen, jeder Einzelne macht die CDU stärker und deshalb nehmen wir jeden Einzelnen ernst und das endet nicht mit einer Mitgliederbefragung im Dezember oder Januar, sondern das ist jetzt ein Prozess, dass die CDU die modernste Volkspartei wird in Deutschland oder vielleicht in ganz Europa. Das ist ein Weg zu gehen, aber jetzt, wenn Opposition auch Mist ist, ist es doch mal eine Chance, dass wir jetzt um uns selber kümmern und da merkt man doch, die Leute haben auch Lust drauf. Ich habe auch Lust drauf und jetzt packen wir das an. Und jetzt packen wir das an. Das war's. Ich habe ja auch Lust drauf. Vielen Dank.